Fühlt man da schon so das Mitleid? Also die Wasserflasche steht hier wirklich, ähm, ist das synonym für den Rettungsanker. Und du siehst einfach, wie seine Seele so zerbricht, so nach ein, zwei Sekunden, wenn er halt, wenn nach seiner ersten Line die Crowd keine Reaction zeigt. Und immer, wenn er ironischerweise droht zu ertrinken, greift er dazu und nimmt einen Schluck und, äh, ah, dann, ah, und dann trinkt er dreimal aus der Flasche und hält sich dann so krampfhaft an, irgendwie nur irgendjemand schreit was rein, so was und so. Hat jetzt den Notanker Flasche durch seine Käppi ersetzt. Hat er vorher auch schon getragen, Flasche ist weg, aber auch irgendwas muss man greifen, wenn es nicht läuft, wenn er mal unsicher ist. Und das ist einfach nur, ah nein, Digga, weißt du, richtig hängen geblieben, so, weißt du, und dann ärgerst du dich Todes.